So, ok, abwenden wir wieder um. Wir brauchen das, aber ich habe das eigentlich lieber, wenn es da in der Seite ist. Das schaft ist der Toolball. Das sind die wichtigsten Sachen, um sich abzumelden oder unser Profil einzugucken. Es gibt so etwas wie Bookmarks, um sich Abkürzungen in das System zu basteln. Wir können uns gleich da reingucken. Der Hauptpunkt ist der Manage-Button, unter dem findet ihr zum Beispiel Inhalter-Button. Jetzt seht ihr, ist das zu klein? Ist das besser? Ja. Jetzt seht ihr, dieses Demosystem ist nicht ganz leer. Ich habe ja zwei Beiträge reingespielt, die sind ja sonst nicht drin. Also, ich gucke mal, das schreibt nicht über die Idee ohne, das habe ich nicht gemacht. Aber in der Inhalte passiert es trotzdem gar, wenn der Content ist, wird er ja auch gelistet. Und, jetzt sehen wir es auch, das Title Field auf der Kündigung ist tatsächlich jetzt ein bester Stimme. Ist die neueste Version, der Felsch von Antilles. Unter Strukturen kann ich vor allem die Menüs verwalten. Ich kann auch auf Menüs zugreifen, als Felsch von Marfoy. Ich kann hier dann wirklich platzieren, formulieren, sortieren, alles Mögliche, was strukturelle Sachen angelegt. Ihr merkt, ich fasse das sehr zusammen. Das liegt an der kürzesten Zeit, die wir zur Verfügung haben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch und dann machen wir kurz Pause. Das sehe ich, wenn ihr euch meldet. Und Experience kann ich auswählen, welches Design soll er meine Google-Seite gerade verwenden. Aktuell verwenden wir Wartig. Das ist das Standard Theme. In dem Fall, das ist vielleicht noch nicht die allerbeste Wahl, aber es ist seit Jahren da. Es ist sowas wie ein Verwandter. Es ist schon sehr gerne. Man kann unterscheiden zwischen dem Anzeigetheme, also dem Anzeigedesign, das die Benutzer sehen, und es gibt aber auch das Verwaltungstheeme oder das Administration Theme. Standardmäßig ist das Seven. Seven zeigt sich darin, dass es grau ist und sehr zu bekannten. Graue Hintergrund, blaue Buttons, übersichtliche Anrunden. Das ist viel bei der Grauen-Pulver-Administrations-Lebswein. Es ist nur schön. Unter dem Punkt Extend. Wir haben hier eine englische Gruppe-Version. In Deutschland steht ja erweitern. Hier findet ihr eine Liste aller Module, die aktuell in der Installation zur Verfügung stehen. Aber nur, wenn die Checkbox hier vorne aktiviert ist, bedeutet das, dieses Modul ist in der Nutzung. Alle Sachen, die noch nicht aktiv sind, sind nur da. Das heißt, sie sind in meinem Organ-System dieser Installation verfügbar. Ich kann sie anschalten, sie sind aber nicht aktiv. Und man kann das hier inzwischen einklappen und man kann auch jetzt hier danach filtern. Das hat früher ein Zusatzprokur erlebt. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Tool. Denn, ihr werdet feststellen, oder ihr wisst es vielleicht schon, so eine Gruber-Seite, die kann ganz schön viele Modulen finden. Also, 120 sind keine Seltenheit. Dann wird so eine Liste natürlich sehr lang. Und wenn man dann das sucht, dann lässt man gleich ausrollen. Dieser Filter da oben, der löst dieses Problem. Diese Modul-Liste ist geteilt in Core-Module, experimentelle Core-Module, und andere, die nach thematischen Gruppen gebündelt sind. Core, das ist immer das, was bei Drupal in der Grundinstallation mit aus der Tüte fängt. Der Drupal-Kern ist die Basisfunktionalität. Die experimentellen Core-Module beinhalten oftmals Features, die in einer der zukünftigen Core-Venturen hinzugefügt werden. Aktuell sind die spannenden Namen Content-Moderation und Workflows. Damit könnte ich dann einen redaktionellen Workflow erstellen. Das heißt, Nutzer A darf einen Blogpost anlegen, aber Nutzerin mit einer anderen Rolle darf den erst überhaupt freischalten. Vorher erscheint er dann einfach auf der Website. Auch das wird bisher mit Zusatzmodulen gemacht. Ich glaube, inzwischen ist das bekannteste der Fälle eigentlich Workbench. Workflows wird sicherlich nicht ganz so ausgefeilt sein, aber es gibt erstmal die Grundunterricht für so einen redaktionellen Workflow euch eine Hand, um damit was zu machen. Sehr nützliches System, im Prinzip vor allem, wenn mehr als ein Redakteur oder eine Redaktionsperson nachher damit arbeitet. In der Regel sind es ja mehrere Unternehmen, denn in einem Unternehmen haben die unterschiedliche Berichtigungen und der Praktikern soll das machen, aber nur über den Chef darfst du dann auch ein Leben oder keine Ahnung. So, damit kurz. Module gucken wir uns da noch weiter an. Unter Konfiguration habe ich alle möglichen Sachen. Zum Beispiel auch die Basis-Einstellungseite. Wie ist denn der Name der Seite aktuell? Zumindest Hashtag des Caps. Ich kann sagen, welcher Beitrag ist denn meine Startseite? Was in Not ist, werden wir uns gleich nochmal beantworten. Ich kann hier auch definieren, welche URL erwendet wird, wenn jemand den einen Fehler erhält. Also zum Beispiel eine URL, die es nicht gibt, wird eine 4-4-Seite angezeigt. Wenn ich eine Stellungnahme an die Zugangsberechtigung habe, sollte dann stehen, du darfst hier nicht hin. Oder auch ein anderer sinnvoller Test. Basis-Einstellung. Einfach die Zeiten, weil es ausgebraucht wird. Wir sind immer noch bei Konfigurationen in der Sektion Development Performance. Hier oben ist der Cache-Button. Wenn man sich mit dem Design beschäftigt, ist es oftmals nötig, den Cache der Logo-Einstellung zu lehren. Wenn ihr in die Entwicklung einsteckt, dann werdet ihr das nicht immer über die Administrations-Oberfläche machen, sondern andere Wege dafür kennenlernen. Aber da ist der Button. Und hier oben ist der Stern, damit ich diese Seite in meinen Shortcuts gelistet bekommen werde. Wenn ich den Stern hier rausnehme, aufhers in meinen Shortcuts. Jetzt nutze ich, wenn ich das jetzt suchen würde, müsste ich zu Konfiguration, Performance, nur weil ich einfach wieder den Cache-Button habe. Deshalb lässt es ihn natürlich wieder ins Buch machen. Dieses kleine Stern hier oben ist anklickbar. Diese Shortcuts, die können überarbeitet werden, wenn ich mich nicht nur will, dass ich den Nutzer individuell, wenn ich mich doch würde, dann ist es für alle gleich. Und man muss ihn zusätzlich wieder zu verwenden. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Ad-Content soll immer nach vorne sein. Und jetzt ist Ad-Content da vorne. Ich klicke jetzt schon mal auf den richtigen Video-Button dabei, weil so einen Content komme ich auch an. In dem Bereich Titel gibt es eine Liste aller indiskriter Benutzer an diesem System. Das heißt, alle Leute, die ein Profil an der Seite haben, sei es, weil sie es wissentlich ausgefüllt haben oder weil es für sie erstellt wurde. Ähnlich wie die Content-Liste kann ich das filtern nach Namen, nach Uber-Adressen, aber auch nach Berechtigungs-Schlupen. Berechtigungen werden in Europa mit sogenannten Nutzer-Rollen organisiert. Das heißt, eine Rolle definiert, was ich darf zum Beispiel einen Blogpost veröffentlichen und eine Person oder ein Nutzer bekommt dann diese Rolle zugewiesen, damit darf diese Person Blogpost verpflichten. Gegensatz dazu wäre sozusagen, dieser Nutzer darf Blogpost veröffentlichen. Dann müsste ich das für jeden Nutzer selber allen Einzelnen einstellen. Das würde sehr aufwendig werden, erst recht, wenn es viele miternimmt. Rollen sind ein sehr, sehr sinnvolles Prinzip, um sowas zu bündeln. Es gibt immer unterschiedliche Ansichten, wie solche Rollen organisiert sein sollen. Und ganz oft heißt es, wir haben eine Rolle, die heißt Redaktion. Und dann darf Redaktion Blogpost veröffentlichen, Blogpost verändern, Projekte veröffentlichen, und alles, was in dieser schönen Liste, die auch sehr schön lang sein kann, alles, was da drin steht. Ich bin inzwischen ein Anhänger davon, dass man sagt, die Rolle heißt, Blogpost verwalten. Und wenn das bedeutet, ich habe eine Rolle für Blogpost, ich habe dann eine Rolle für Projekte, ich habe eine Rolle, um Personen zu verwalten, dann hat halt der einzelne Nutzer viel Rollen nachher und nicht nur eine. Aber da kann es eigentlich feiner abstimmen und laufen nicht in sowas rein wie, oh, dieser Blogredakteur soll aber eigentlich nicht als übrigen. Wir brauchen eine neue Rolle. Wir haben eine Unterredaktion plötzlich als Rolle. Das ist nachher weniger nachvollziehbar als, wie gesagt, nach tatsächlichen Aufgaben und nicht nach Positionen zu strukturieren. Aber ich schalte ab. Unter Report findet ihr zum Beispiel die letzten Blog-Nachrichten. Was ist denn in dem System passiert? Ich kann mal gucken, dass ich heute Morgen daran gearbeitet habe. Ja, das ist wahr. Und auch gestern Abend. Hinzu. Hier sammelt sich noch ein Träger des Systems, überwacht im Prinzip die Arbeit. Ich kann das auch ausschreiben, auch hier gleichzeitig deshalb ausgeschreibt, wie weit es Performance nimmt und die Lärmung vollschreibt. Aber hier finden sich auch Fehler. Wenn ihr in einen THB-Fehler-Augwand einlauft, dann würde ich in den Blogs drauf kaufen. Ihr könnt nachher die Sachen nach erbrochen, filtern, aber auch noch kein Flugsystem ist noch unschuldig, da ist noch nichts passiert. Ja, ausschleusend würdest du es über den Blogs drauf? Ja, es gibt eine Konfiguration, die Fehler, also in dem Wortstock, der sogenannte Wortstock zu dir. Ja. Unter dem Wort gibt es auch den sogenannten Status-Record. Der ist inzwischen schön übersichtlich. Und ihr seht hier auf einen Blick, was stimmt nicht mit meiner Webseite oder geht es meiner Seite gut oder nicht. Wir haben ja aktuell einen Fehler. Wir haben ja versucht, was ist der Fehler. Ah, eine Konfiguration ist nicht eingerichtet. Reicht nicht so lang? Also hier geht es darum, welchem Host kann die Seite vertrauen? Das ist eine lokale Seite, das habe ich in sich tun bekommen. Wie auch in einem Morning gibt es 22 Prüfungen, die überhaupt durchgeführt wurden. Und ich kann gucken, welche Person, was für einen Server habe ich, welche Peer-Version, was für eine Anlage ist. Hier unten, was alles geprüft wurde, das gibt nochmal einen Überblick. Wenn die Fehler auftauchen, dann sind die natürlich nicht wieder oben und oben markiert und ich kann dem nachgehen. Die Anlage nur die Kosten. Die Hinteseite wird oftmals übergangen. Aber hier findet sich sehr wertvolle Dokumentationen. Wenn vor allem Dokumentationen zu den Modulen, die euer Sitzel verwendet, vorausgesetzt die Entwickler oder der E-Mail-Hänger hangen die Dokumentation in dem Modul, das wird sich hinterlegen. Dann können wir sie hier abrufen. Wir finden hier auch Dokumentationen zu den ganzen Core-Modulen. Da ist auf jeden Fall eine Dokumentation vorhanden. Guckt da ruhig mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt, wie funktioniert ein Modul, wenn sie es nicht sofort erschließen. auf der Bestattung, die da vielleicht auch auf der Administrationsseite führt zu uns. Ja? Ich habe gehört, dass man auch Redaktüre-Hilfe-Funktionen an den DPM hat. Das kann man machen. Das stimmt. Habe ich auch gehört. Habe ich tatsächlich auch nie gemacht, aber... Ja, ich weiß, dass es... Ja. Ja, ja. Fragen zu diesem Schnellüberflug über eine Gruber-Installation. Gut. Dann springen wir hier zurück und ich stehe mal kurz mit dem Blütschern hier unten. Das gebe ich da. Ja. Vorhin fiel das Wort Not. Wir hatten es mal gesehen in der... in der... in der Einstellung zur Startzeit. Dieses Wort traut gar nichts, ganz auf. Was ist eine Not? Eine Not ist, im Kopf gesagt, der Hauptinhalt einer Seite, die der Nutzer gerade sieht. Das heißt, guckt sich der Nutzer eine Informationsseite an, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Not. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil in der Lupe 8 muss das nicht über eine Not sein. Denn Not ist streng genug eine Unterart einer Entität oder eine Entity von meiner Typ Not. Wir sagen mal kurz, bei dem Begriff Not, wenn das Standard bezeichnet ist, auch wenn man andere Typen von Inhalten erstellen kann, die den Nutzer angucken können. eine Not macht vor allem aus, dass neben dem eigentlichen Inhalt, also Text, Bild, Titel, andere Zusatzinformationen, die sagen, wann wurde denn diese Not geschrieben und veröffentlicht, wer hat denn diesen Beitrag überhaupt angepasst? Also Sachen, um es nachzuvollziehen. der Not hat immer eine Überleg. Ich kann sagen, diese Not soll in den Listen immer oben sein, dann ist sie sticky. Und eine Not kann wieder Version haben, also Version eines Inhalts, eine erste Fassung eines Beitrags, dann wird der überarbeitet, wird in der neuen Version gespeichert, wird noch einmal überarbeitet in der dritten Version. Und jetzt merke ich, die erste war doch besser, dann kann ich zu dieser ersten wieder zurückrollen. Vorausgesetzt, Reversions ist aktiviert und diese Not hat tatsächlich immer eine neue Version gespeichert. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Es gibt Zusatzinformationen, teilweise auch Metainformationen, die das Verwalten vom Inhalt einfach erleichtern. Eine Not ist immer eine Not geprägt durch den sogenannten Inhaltstyp. Inhalte haben unterschiedliche Zwecke oder unterschiedliche Anwendungen oder Anforderungen, die kann ich den sogenannten Inhaltstypen darstellen. Die Korrelation von Rupa bringt die beiden Inhaltstypen Artikel und Basic Page mit. Das ist sowas wie ein Nachrichtenbeitrag oder ein Doktor oder die statische Informationsseite. Ich kann aber zig andere Inhaltstüten hinzufügen. Doktor, Produkt, Eventbeschreibung, was euch einfällt. Je nachdem, was ihr für ein Projekt vor euch habt, würde es Sinn machen, einen eigenen Inhaltstüten dafür zu erstellen. Inhaltstüten sind geträgt von Feldern. Das heißt, um den Inhalt zu bearbeiten, haben die Redakteure nachher ein Webformular vor sich mit verschiedenen Feldern. Diese Felder haben unterschiedliche Typen. Da kann ein Bildfeld dabei sein, da kann ein Textfeld dabei sein, da kann ein Inhalt oder eine Referenz mit einem bestehenden Inhalt dabei sein. Und diese Feldertypen haben unterschiedliche Widgets. Das heißt, Arten von Formularelementen, die sie sich dem User darstellen. Das kann ein Autocompli-Feld sein, um die Eingabe zu erleichtern. Das kann eine Checkbox sein, um einfach ein Ding hierzusetzen. Alles ruhig. Das betrifft die Eingabe von Inhalt. Ausgegeben wird Inhalt über einen sogenannten View-Mode. Das ist eine Definition, welche Felder in welche Reihenfolge ausgegeben werden sollen. Diese View-Modes können natürlich mit diversen Methoden übersteuert werden, müssen sie aber nicht. Standardmäßig gibt es im Core die View-Mode, Default, Full-Content, ein Teaser-Remode und mit dem Shriver, die wird im RSS-Beat angezeigt. Wir wechseln mal kurz in dieses System rein. Und jetzt nur dazu, den Content-Types. Wir haben also hier zwei. Manage-Display. Dann gelang ich zu der Darstellung. Die wird Inhalt ausgegeben. Darum sind wir schon VIFO. Das ist Teaser. Und im VIFO-Modus heißt es halt, zuerst kommt das Bild, dann kommt der Body-Tags. Dann kommen Tags, die ich irgendwo eingegeben habe, links und Kommentare. Ich kann hier aber sagen, dieser Inhalt soll weitere View-Modes verwenden. Und wenn ich nicht das in der Liste hier habe, was ich suche oder was ich meine zu brauen, dann nehme ich einfach einen neuen View-Mode an. Und ich kann diesen View-Mode verwenden, um ihn zum Beispiel eine Ausgabe von Views zu benutzen, um kabellarische Ausstellungen zu machen, oder etwas anderes. Neuen Content-Hymode gebe ich dem Name, und bestimmen nachher genauso. In diesem Humode kommt als erstes das Fake A, B und die drei anderen, die das gerne. Nur weil ich die in dem Humode nicht brauche. Dieser Humode ist dann über das komplette System und wird nicht mehr benutzbar. Er wird registriert und kann nicht mehr abrufen werden. Man könnte jetzt mit einem Humode auch ganz viel anderes sagen, aber ich habe nur noch 5 Minuten hier, ich will wenigstens noch was zu löppen bleiben. Habt ihr Fragen zur Not? Nein. Die anderen niedrigen Inhalte sind die sogenannten Blöcke. Blöcke sind sowas wie Nebeninhalte. Die kommen oftmals in der Seitenspalte vor, oder im Foodgeheim-Seite, oder überall, in den Beitrag. Früher hat man gesagt, Blöcke sind dumm. Sind sie jetzt nicht hier. Auch Blöcke können Felder haben, und Blöcke können unterschiedliche Typen haben. Blöcke unterscheiden sich aber weiterhin immer noch darin, dass sie entweder statisch sind, also einfach einen festen Text oder Inhalt anzeigen, oder dass sie dynamisch sind, und zum Beispiel in Abhängigkeit von der URL, auf der ich gerade befinde, eine Liste von Weitringern ausgeben. Wir können also Umgebungsparameter wahrnehmen, sind also nicht mehr so gut, und, na gut, das hatten sie vorher auch schon, und können dann in Abhängigkeit davon Sachen ausbilden. Blöcke werden in den sogenannten Blockregionen platziert, die werden wiederum in Theme definiert. Stellt euch das als eine Art, ich sage mal, einen Setzkasten. Obwohl, ich weiß nicht, ob jemand auch weiß, was ein Setzkasten ist. Werden die Setzkasten nicht? Doch, noch alles. Ich dachte, die werden ausgestauen. Es gibt das schöne Feature, dass man sich die Blockregionen anzeigen lassen kann. Hier sehen wir die Blockregionen des Bartek Zooms, was ein Kurbeln ist, ne? Und, wir werden bemerkt, irgendwie hat das ja fast was von so einem Wireframe, wie ich das vielleicht aus der Plane meiner Webseite kenne. Alles, was hier gelb ist, ist eine sogenannte Blockregion. Und an dieser Stelle kann ich meinen Block platzieren. Das passiert einfach hier über die Löffel rein. Da geht Blockly auf, für das Bartek 7. Und jetzt kann ich hier Blöcke hin- und herschieben, in die unterschiedlichen Regionen. Alle Blöcke, die nicht zugeorderten Blöcke waren unten in der Liste drin. Das ist nicht mehr so. Die sind jetzt in dieser Liste drin. Hier alle verfickbaren Blöcke zum Beispiel. Wer ist denn gerade online? Kann ich da platzieren? Einschauen wir mal. Oh! Ihr braucht natürlich die Frühlinge. Taxonomie. Wer hat schon Taxonomien genutzt? Noch gar nicht so viele. Da kommt ihr gleich vorbei. Gut, die, die es schon gemacht haben, sehr gut. Taxonomie bedeutet, ich kann meine Inhalte verschlagworten. Ich kann sie organisieren und sagen, dieser Inhalt gehört zum Beispiel Kategorie Neuigkeiten. Hier geht es um alles, was mit Architektur zu tun hat. Taxonomien werden organisiert in sogenannten Vokabularen. In diesen Vokabularen sind sogenannte Taxonomie-Terms und das sind in den Vokabularen. Nach meinem Beispiel. Das Vokabularen habe. Und wir haben organisiert. Und glauben und weg. Was auch immer habe ich jetzt in den Inhalt. Wie heißt es zum Beispiel T-Shirt. Dieser Inhalt hat einen Fake-Table. Ich wähle da den Begriff Rot aus. Schon habe ich die Inhalt damit der Bekannten organisiert. Und Dupa kriegt jetzt so eine schöne Funktion der sogenannten Taxonomie-Seiten. Mit einem Klick auf den Begriff Rot bekomme ich eine Liste von allen Beiträgen, die mit diesem Begriff gekennzeichnet wurden. Das wird oft genutzt, sowas wie Take-Übersicht-Seiten in Blogs zum Beispiel. Oder Produktseiten. Zeig mir alle Produkte vom Typ. Ne, alle Produkte für Roten. Oder die kann ich die Sportlinik machen. Das nächste Thema wäre gewesen, Bruder, aber wir haben nur noch zwei Minuten. Ich habe vorhin schon 30 Core-Module. Es gibt experimentelle Core-Module. Der größte und größte Anteil der Module sind die sogenannten Contribute-Module. Das sind die, was habe ich schon gesagt, 1300 zur Grupa 8-Module, die ihr auf www.rupa.org unterladen könnt. Contribute-Module von der Community Contribute-Module. Neben diesen Contribute gibt es in der Regel Custom-Module, oder oftmals. Das sind die Module, die ihr selber entwickelt. Weil ihr sie nirgendwo anders gefunden habt. Ihr habt natürlich vorher gesucht. Gibt es schon was für meine Anwendungsfall? Ihr habt drei ausprobiert, festgestellt. Nein, das ist noch nicht. Ich muss tatsächlich ein eigenes Modul schreiben. Ihr hört mein Skepsis. Ich glaube, in vielen Fällen muss man kein eigenes Modul schreiben. Aber irgendwann werde ich an den Punkt kommen, da muss es sein. Dann ist es ein Custom-Modul. Auch man stellt sich die Frage, wie finde ich das wichtig, die Modul? Alle Module sind erstmal auf www.rupa.org zu finden. Ein paar Punkte auf GitHub. Das wären weniger, aber es gab es Zeit, da waren einige Module auf GitHub, weil die da weiterentwickelt wurden und ein bisschen feier im Prozess waren. Ich habe vorhin gelogen, es sind, ich sehe hier die offizielle Tage in meinen Kommentaren, sind 3100 Modul gefühlt, das sind 3100 Modul gefühlt, das sind 3100 Modul gefühlt, das sind 3100 Modul gefühlt, nicht 3100 Modul gefühlt. Wenn ihr Modul sucht, buch ich ja nach. Das klingt total normal, aber buch ein Modul, Slideshow, mit Bildunterschrift. Am besten macht es auf Englisch, ihr werdet Ergebnis bekommen. Und dieses Ergebnis wird euch höchstwahrscheinlich zu einer Unterseite von Drupal auffüllen. Dann müssen wir, sollten wir die Beschreibung lesen, denn wir werden immer noch gelangen, sei das ist das richtige Modul, ladet es runter, probiert es aus. Und macht das nicht auf der Live-Seite, sondern immer auf der Test-Seite, weil wenn das Modul doch nicht das ist, was wir hier haben wollen, dann zerschießt es euch vielleicht alle an der Arbeit. Jetzt ist die Zeitung, ich muss wieder den Cut machen. Ich hätte betürchtet, dass es zu viel ist. Wer Fragen hat oder das fortsetzen möchte, der sagt einfach Bescheid. Wir können gerne heute noch irgendwo zusammenfinden, um eine Organizierung. Dann kann ich auch noch etwas Spezielles erklären, Fragen beantworten oder Sie mir angucken, was wir heute gar nicht geschafft haben. Vielen Dank an die alle Damen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Hufa und diesem Camp. Wirklich!